Bitcoin unter Druck, die Bullen geraten, somit unter Zugzwang, welcher Move jetzt wichtig wird, das erfährst du hier im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Wir schauen heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Werentheorie an, welche Levels sind wichtig, was ist unser genauer Fahrplan, wo können wir gegebenenfalls auch wieder trade-technisch aktiv werden, das erfährst du hier alles im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algo zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir jetzt direkt rein, die Kryptomarktkapitalisierung hier leicht unter der 1,1 Billionen US-Dollar-Marke und somit mit 0,1% im Minus zu den letzten 24 Stunden. Wir sehen es, Bitcoin macht hier den Move ziemlich 1 zu 1 nach, 0,9% im Minus, 23.900 Dollar, Ethereum 1.645 Dollar und notiert hier sogar mit einem leichten Plus. Gut, schauen wir uns noch die Ausreste hier an und sehen einmal nach oben hier der BNX-Coin hier mit 31%, Optimism hier 14%, der Engine-Coin hier mit 13% und ansonsten keine allzu krassen Zugaben hier nach oben hin im Altcoin-Bereich. Wenn wir uns noch die Ausreste nach unten anschauen, sehen wir einmal Falkon hier mit 3,6%, ICP mit 2%, Neo hier mit 3%, Clayton mit 4%, das heißt doch vereinzelt ein paar leichte Ausreste hier nach unten hin. Gut, gehen wir rein in den Chart, ins Kursgeschehen und fangen wie gewohnt auf dem Daily Temprim hier bei Bitcoin an und schauen uns an, wie die gestrige Daily Kennel hier geschlossen hat. Und die war per se ja leicht bullish, das heißt wir sind unter diesem Wick hier rausgestochen, haben darüber geclosed, das heißt per se erstmal nicht schlecht. Wir sehen es, wir haben jetzt heute nochmal drunter gestochen, sollten wir wieder drüber schließen, wäre es ein weiteres leicht bullisches Zeichen, aber jetzt nichts, wo man da jetzt irgendwie verrückt gleich in Longs reinspringen müsste oder sollte. Aber per se erstmal eher bullish als bearish hier zu werten, ansonsten bleibt die weiter wichtigste Marke nach oben hin, die 25.250 Dollar Marke. Und nach unten schauen wir uns mal diesen Wick hier an, hier bei den 23.320 Dollar, sollte dieser per Daily Close hier nach unten hin verlassen werden, ist das ganze Szenario, dass wir hier nochmal höhere Hochs hier sehen, ja schon mal etwas oder beziehungsweise schon mal sehr, sehr unwahrscheinlicher geworden. Gut, gehen wir auf den 4-Stunden-Time-Frame für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, kurz zum übergeordneten Count. Und wir gehen demnach davon aus, dass wir hier seit diesem Zeitpunkt in der letzten Welle Z hier waren, diese Stand jetzt hier in der 16.000 Dollar Region hier gefinisht haben, wir auch hier bereits unsere ersten Tranchen hier hinterlegt haben. Und wir seit diesem Zeitpunkt hier den ersten Impuls hier nach oben mittels 1, 2, 3, 4, 5 hier ausformen, die 5 kann jetzt jederzeit drin sein, jedoch gehen wir Stand jetzt mit einem leichten primären Szenario noch davon aus, dass wir hier eben noch höher kommen werden, hier in die 26.600 bis 29.800 Dollar Region mit Fokus, ganz ganz wichtig, sogar auf die Unterkante hier. Das heißt, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir in die 30.000 oder 30.000 oder sogar über 30.000 Dollar hier kommen werden mit dieser fünften Welle, das halten wir für sehr unwahrscheinlich, weil die Welle 3 hier schon so stark extendiert ist. Und die Mindestanforderungen für die 5 sind hier theoretisch schon durch, aber wie gesagt, wir gehen aktuell mit einem leichten primären Szenario davon aus, dass das noch nicht drinnen ist. Und im Anschluss erwarten wir dann hier eine ABC-Korrektur nach unten, wo man dann auch sein langfristiges HODL-Portfolio nochmal aufstocken kann. Da müssen wir aber ganz ganz wichtig uns die innere Struktur dieses Abverkaufs anschauen, denn es kann auch sein, dass diese X nicht hier drin war, sondern dass wir ein Expanding Flat hier ausgeformt haben mit einer A nach oben, mit einer B nach unten und dann in der C hier hoch und dann eben hier die Z erst sehen. Und deswegen müssen wir uns ganz ganz genau diese Korrektur hier anschauen, wie hier die Price Action innerhalb der Korrektur ist und dann können wir das auch festmachen, welchen Szenario wir mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit sind. Und wenn du hier das kostenlose Abo dalässt, stellst du auch sicher, damit du auch keine Informationen zu diesem Szenario oder zu diesen beiden Szenarien hier mehr verpasst. Gut, gehen wir rein auf einen 1-Stunden-Timeframe, denn hier spielt eigentlich die Musik. Demnach gehen wir davon aus, dass hier die 4 geendet hat und wir seit dem Zeitpunkt hier in unserer letzten 5. Aufwärtsbewegung hier sind. Und wenn wir uns das auf dem 15-Minuten-Timeframe hier anschauen, sehen wir, wir haben hier ja mittlerweile eine Price Action, die einfach nicht mehr allzu schön ist zu counten und zu traden. Demnach, das heißt aktuell halten wir die Füße still. Wir sind noch in einem Ethereum-Trade drin, da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber wir werden jetzt höchstwahrscheinlich in dieser Phase hier keine weiteren Trades hier eingehen, weil es wird einfach zunehmend hässlicher, umso länger wir uns in dieser Range hier eben befinden. Da lassen wir jetzt den Markt jetzt erstmal entscheiden, ehe wir höchstwahrscheinlich neue Trades hier setzen werden. Das heißt, wir warten darauf, bis die Marke nach oben hinfällt, 25.250 Dollar oder bis die Marke hier nach unten hinfällt, die 22.940 Dollar. Da kommen wir eigentlich schon zum wichtigsten Level, was weiterhin gilt, ist unser Golden Pocket hier nach unten hinaus, 23.160 Dollar bis zur Ineffizienz hier bei den 22.900 Dollar circa. Wenn das hält, so lange ist es eben möglich, dass hier noch eine Welle 4 hier drinnen ist und wir mindestens noch eine Aufwärtsbewegung hier reinbekommen. Ihr seht, wir haben hier sogar einen sehr, sehr bullischen Count drauf, dass wir hier noch zwei weitere übergeordneten Wellen 5 hier erwarten. Das müssen wir uns anschauen. Theoretisch reicht eine und von der gehen wir auch Stand jetzt weiter noch mindestens aus, dass wir hier noch eine Impulswelle hier nach oben bekommen. Auch wenn die Proportionen hier ziemlich hässlich sind und eigentlich schon nicht mehr so sind, dass man die wirklich signifikant hier verfolgen kann oder sollte. Und wie gesagt, aktuell für uns das schönste Chartbild, was sich hier ergibt und deswegen lassen wir das Stand jetzt hier noch auf den Chart und verfolgen diesen Count hier weiterhin. Und auch hier sehen wir die Targets nach oben hin raus, würden hier beginnen. 25.900 Dollar hoch bis zu den 27.300 Dollar. Aktuell primärer Fokus hier zwischen den 26.500 und 27.300 Dollar. Und jetzt wird es eben sehr, sehr spannend. Und da wird es jetzt höchstwahrscheinlich dieser Upmove hier entscheiden, denn es kann auch sein, dass wir hier in einem größeren korrektiven Szenario hier gefangen sind und sollten wir jetzt hier keine Welle 3 hier reinbekommen, sondern einen Fünfteile jetzt hier ausbauen, beispielsweise mit 1, 2, 3, 4, 5, der hier in dieser Region knapp über dem Wellen 1, 2 hier sein Ende finden wird. Sieht es danach aus, dass das hier kein 1, 2, 3 ist, sondern ein A, B, C. Wir dann hier gegebenenfalls, ja, beziehungsweise hier die X vielleicht hier gefinisht haben, dann hier runtergekommen sind in einer A, hochgekommen sind in einer B und jetzt hier nochmal in der C abverkaufen. Das heißt, da müssen wir jetzt ganz, ganz genau schauen, wie die innere Struktur unseres Aufwärtstrends hier sein wird. Damit erwarten wir aber, wie gesagt, in jedem Fall, dass wir hier jetzt erst einmal hochkommen und nochmal mindestens dieses High hier fischen werden. Da können wir uns eigentlich auch gleich mal die nächsten relevanten Fibonacci-Zonen hier anschauen. Wir sehen es, wir sind perfekt ans Golden Pocket hier herangelaufen. Nächster wichtige Block ist hier 24.900 Dollar, das 0,7 macht 6er Fibonacci-Level. Haben wir hier gegebenenfalls auch noch eine kleine Ineffizienz, jetzt aber nichts Spektakuläres. Aber, wie gesagt, das wäre der nächste relevante Widerstandsbereich Stand jetzt und sollten wir hier irgendeinen Trade eingehen. Wie gesagt, wahrscheinlich jetzt in dieser Phase nicht, aber sollten wir irgendwelche Trades eingehen, halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den laufenden Link dazu, wie immer unten in der Videobeschreibung. Das ist aktuell der Ethereum-Trade, der aktuell eben noch im Markt hier ist. Wie gesagt, ist jetzt auch aktuell leicht im Minus, aber da verstecken wir uns nicht. Wir zeigen hier alle Trades, auch Trades, die nicht so gut laufen, aber selbstverständlich auch logischerweise die Trades, die gut laufen. Das heißt, vollkommene Transparenz und diese Transparenz, unserer Meinung nach einzigartig auf YouTube, kommt auch regelmäßig im Trade-Register rein, wie eben die gesamte Performance dieser Gruppe ist. Das heißt, könnt ihr euch gerne selbst ein Bild machen, aber wie gesagt, keine Anlageberatung, ist einfach nur, wie wir traden. Ihr könnt es nachmachen, müsst es nicht. Auch die Talk- und News-Gruppe ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite immer die Trade-Ideen rein oder mal kurz dazwischen habt ihr jetzt, falls sich irgendwas Spannendes getan hat oder falls du einfach nur den Austausch mit der Community suchst, kannst du da selbstverständlich auch gerne beitreten. Wie gesagt, beide Links unten in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir direkt weiter im Kursgeschehen. Wie gesagt, zusammengefasst nochmal für Bitcoin. Die wichtigste Unterstützungsmarke nach unten hin wären hier die 23.160 Dollar bis 22.900 Dollar. Es kann aber theoretisch sein, dass wir hier mit einer Trunkation arbeiten müssen, die hier hier drin ist und jetzt einen Aufwärtsimpuls hier sehen. Das sehen wir, wie gesagt, an dieser Aufwärtsstruktur, die wir jetzt im primären Szenario hier in beiden Fällen jetzt erst einmal erwarten. Jedoch, wie gesagt, wenn es nach unten geht, das wichtigste Support-Level hier mal im Blick behalten. Sollten wir die Bestätigung sehen, dass das hier wirklich sehr, sehr bullish aussieht, könnten wir hier wirklich damit rechnen, dass wir hier in die 26.600 bis 27.300 Dollar Region hier erst einmal vordringen könnten. Gut, gehen wir weiter zu Ethereum und auch hier schnell auf dem 4-Stunden-Timeframe für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Demnach gehen wir aktuell hier bei Ethereum davon aus, dass der Boden hier auch gefunden worden ist. Jetzt wir in einem 1, 2 sind und aktuell in dieser roten 3 hier sind und wir da auch hier die erste Impulswelle mit einem 5-Teiler hier ausgebaut haben oder gerade am Ausbauen sind, besser gesagt. Und diese werden wir auch hier im Anschluss korrigieren. Aber auch hier kann es sich noch um ein übergeordnet korrektives Szenario handeln. Dann würden wir erst einmal die 860 Dollar nach unten hin im Blick behalten. Das heißt, auch hier wird es sehr, sehr spannend, wie diese Korrektur hier strukturell verlaufen wird. Aber da halten wir euch selbstverständlich auch auf täglicher Basis hier auf den Laufenden. Gut, gehen wir auch hier schnell noch auf den 15-Minuten-Timeframe, um das hier besser bestimmen zu können. Demnach gehen wir auch hier davon aus, dass wir hier die 4 hier gefinisht haben in den Zielbereich, den wir euch gestern hier noch genannt haben. Auch das mit, dass hier nochmal ein Lower Low hier möglich ist, hat perfekt funktioniert. Wir haben unsere Support-Linie hier angetestet. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Support-Linie angetestet. Das Fibonacci-Klasse hier perfekt abgegriffen und sind erstmal nach oben hin impulsiv rausreagiert. Aktuell, wie ihr seht, da war ein Trade gegebenenfalls geplant. Wäre sogar knapp nicht abgeholt worden, aber ist auch nicht in die Gruppe gekommen. Das heißt, dieser Trade war von unserer Seite auch gar nicht im Markt. Nichtsdestotrotz sieht es auch hier danach aus. 1 nach oben, 2 nach unten. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dass wir hier mit einem dritten Impuls hier nach oben hinweg drehen. Aber hier ist das selbe Spiel wie bei Bitcoin. Wir müssen uns jetzt die Aufwärtsstruktur hier anschauen. Nicht, dass es sich hier auch um ein übergeordnet korrektives Szenario handelt, mit einer A nach oben, B nach unten. Und jetzt die C, die dann hier irgendwo finishen wird. Sehen wir aber hier einen sehr impulsiven Move. Hier beispielsweise an unsere Resistance Line ran. Dann sieht es sehr danach aus, dass wir hier auch drüber brechen können. Denn wir sehen, es ist hier dann schon der vierte beziehungsweise fünfte Test. Schon statistisch gesehen ist das eben dann oftmals auch der Durchbruch der vierte, fünfte Test. Also dann könnten wir wirklich damit rechnen, wenn wir jetzt hier sehr, sehr impulsiv raufkommen, dass wir hier drüber brechen, die drei Ausformen mit der vier gegebenenfalls den Retest sehen und dann mit der 5 hier nochmal höher drehen in unseren Zielbereich, den wir hier jetzt von Video zu Video erwähnt haben. Aktuell wäre dir hier 1.755 Dollar bis 1.850 Dollar. Ist sehr, sehr breit. Aber wir fokussieren dann eher hier die 1.800 bis 1.825 Dollar Region stand jetzt an. Klar, das kann man dann noch besser konkretisieren, wenn wir hier mehr Daten hier vom Chart haben. Das heißt, auch hier wird es sehr, sehr wichtig, wie dieser Aufwärtsimpuls jetzt hier strukturell aussehen wird. Und je nachdem werden wir auch selbstverständlich unseren Trade dann hier managen. Aber alle Infos erfährt ihr selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe. Wenn es nach unten geht, hier wirklich nochmal die 1.588 Dollar im Blick behalten. Aber dann sieht es schon sehr, sehr schwierig aus und dann greift auch selbstverständlich relativ zeitnah dann auch unser Stop los. Gut, damit soll es das Ganze schon gewesen sein. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support. Und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Update und damit Trading & Airs raus. Macht's gut. Ciao, ciao.